Ja, einen wunderschönen guten Tag, wir sind zurück in War Thunder. Heute geht's mit dem Panther-F ins Gefecht, einem sehr tollen deutschen mittleren Panzer. Aber bevor es soweit ist, ein kurzer Ausblick auf War Thunder, wenn die neuen Konsolen rauskommen, denn das ist ja bald soweit, der November kommt. Und ja, da kommen die neuen Generationen der Konsolen raus. Playstation 5 und Xbox ziehen nach, oder Playstation und Sony und Microsoft ziehen nach, so müssen wir uns sagen. Und ja, da freuen wir uns natürlich alle drauf. Wer nicht, hey, super, Konfizzi. Und ja, Gaijin hat jetzt gesagt, okay, hey, wir bringen das Ding auch auf PS5 raus, beziehungsweise auf der neuen Xbox-Serie. Und dementsprechend wird es auch einen 4K-Support geben, es wird eine neue Grafik-Engine geben, oder haben wir gesagt, eine verbesserte Grafik-Engine und so weiter und so fort. Ja, wir dürfen gespannt sein, was das denn so wird. Und dementsprechend hat Gaijin auch einen neuen Trailer rausgehauen. Wie gesagt, einen Teaser-Trailer, also einen sehr kurzen, mit dem Projektnamen New Power, also neue Power. Und das ist natürlich echt toll, passt, finde ich persönlich, ganz gut, wenn man sowas macht. Ich finde den Teaser-Trailer persönlich sehr, sehr cool gemacht, sehr stimmungsvoll. Mir ist inhaltlich, mir ist das egal, ob ihr jetzt einen neuen Panzer bekommen und so weiter, das muss ich eh fressen. Aber das ist sehr, sehr stimmungsvoll und ich habe noch nie so einen guten Teaser-Trailer von Gaijin gesehen. Das muss ich einfach sagen, musikalisch gesehen richtig gut gewählt. Echt geil. Also richtig cool gemacht. Ich bin mal gespannt. Da gibt es natürlich die größten Spekulationen, was jetzt dazu kommt und so weiter und so fort. Aber mir persönlich egal, aber es wird wohl Spaß machen, denke ich mal. Vielleicht machen sie ja ein, zwei Sachen, die sie in den Griff bekommen. Wir müssen mal gucken. Naja, was soll's. So, ich habe letztes Mal angekündigt, dass Gaijin jemand Geburtstag hat und ich glaube, es zieht jetzt langsam an. Ich habe leider auf der Internetseite dazu nichts weiter gefunden und bevor ich jetzt nochmal was falsch mache, gucke ich jetzt nochmal direkt nach, aber ich sehe dazu nichts. Das bedeutet, ja, irgendwie wird's kommen. Großbritannien, Japan und Italien haben schon hier tolle neue Sachen dabei und wenn ich jetzt zum Beispiel auf Italien draufgehe und dann auf die Luftwaffe zum Beispiel draufgehe, dann könnte ich mir jetzt hier die SM92 für 120.000 kaufen. Ja, weil 50 Prozent. Ich habe sehr viel gespart dafür. Im japanischen Forschungsraum habe ich mir auch schon was gekauft, was ich dann gespart habe. Hier habe ich irgendwo noch ein neues Flugzeug, aber alles zu seiner Zeit. Genau die Ki61 habe ich mir gekauft und ja, ich bin gespannt, wenn die anderen dann mitziehen werden. Da wird es natürlich auch sehr, sehr lustig werden. Keine Frage. Also dementsprechend geht das jetzt langsam los. Wie gesagt, aktueller Stand ist, dass ich da aktuell keine Infos von Gaijin habe. Ich nehme das Video am Montag am 26. auf, wenn wir am 27. rauskommen. Da kann die Welt natürlich schon wieder ganz, ganz anders aussehen. Wunderbar. Also, Panther-F. Die Panther-Serie selber sollte jedem bekannt sein. Sehr, sehr erfolgreicher, sehr, sehr guter Panzer der Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Man munkelt mit einer der besten Panzer im Zweiten Weltkrieg, hatte aber zum Anfang auch seine Macken etc. Und war mit der Panther-F-Entwicklung dann auf dem Höhepunkt angelangt. Die nächste Entwicklung wäre der Panther 2 gewesen, die sich dann den gleichen Turm teilen, dem Schmalturm. Darunter erkennt man ihn auch. Das ist halt ein Schmalturm, weil er schmaler aussieht. Ich hätte es gedacht. Panther-F selber, ganz, ganz geringe Stückzahl. Man erkennt ihn immer an dem anderen, man erkennt generell alle Panther-Varianten am Auspuff, wer das sonst nicht weiß. Also, die sind alle anders angeordnet. Daran mal vielleicht so, wobei ein Panther-F ist relativ leicht zu identifizieren an dem Schmalturm. 6.0. Warum 6.0? Die Galone ist mit Abstand die beste, für dich zumindest. Beste Nachladerate. Das ganze Ding hat einen Rangefinder und den hatte es auch in der Realität. Deshalb war dieser Rangefinder, der war für 1945, war das revolutionär. Die Alliierten haben sich darum gekloppt, diesen Turm zu bekommen. Also, es ging da hauptsächlich nur um den Turm und das ist schon echt ziemlich nett dabei. Das ist, ja, hat schon was. Und einen Rangefinder, finde ich persönlich, ist immer sehr, sehr wichtig. Ihr kennt meine Videos. Letzte Video vom Objekt zum Beispiel mit Rangefinding. Das ist einfach genial. Und der Panther hat eine Kanone, die auf Entfernung doch noch sehr, sehr gefährlich ist. Da macht es einfach Spaß. Genau. Ja, Schutz. Das ist eine Panther-Wanne. Wenn man die schön anwinkelt, dann hat jeder, wirklich jeder Probleme damit, weil das wirklich fies ist. Bei der APDS-Granate der Briten, die können halt einfach vorne durchschießen. Also, denen ist das egal. Den ist Panzerungen egal. Das habe ich schon mal gezeigt. Das ist, ja, geht durch wie war mit Semmel. Das ist wirklich sehr, sehr fies. Russische Fahrzeuge und amerikanische Fahrzeuge haben damit ein paar Probleme. Das muss nichts heißen. Also, wenn es richtig steht, ist das Ding wirklich eine harte Nuss. Wenn er falsch steht, kommt da auch jeder durch. Hier haben wir 120 Millimeter. Wenn man das so sieht, wenn das gerade ist, dann kommt da auch jeder durch. Wenn es so ein bisschen angewinkelt ist, dann wird es schon ein bisschen schwerer. Das muss man halt immer sehen dabei. Ziemlich cool ist, wenn das von vorne, wenn da hier so dran prallt, das sind nur 60 Millimeter. Aber, da das so angewinkelt ist, man muss erst mal treffen, sage ich mal so. Das ist schon auf eine richtig weite Entfernung, ist das dann doch ein recht kleines Ziel. Genau. Von innen, fünf Leute haben Platz im Panther, finde ich persönlich sehr cool. Denn ein gezielter Schuss in den Helm bedeutet nicht unbedingt, dass Feierabend ist. Weil im Helm keine Munition, also im Turm, keine Munition gelagert wird. Die wird meistens immer bei deutschen Fahrzeugen immer unter den Turm schießen. Also, da habt ihr gute Chancen, wenn er hier so hinschießt, dass er dann zumindest einen Großteil vom Turm rausnimmt. Den Drehkranz vielleicht rausnimmt. Und vielleicht sogar den Mund trifft und dann ist es eh Feierabend. Oder sagen wir mal, so sollte Feierabend sein. Sagen wir es mal so. Ich sehe gerade hier, Modifikationen gibt es auch momentan für low oder fast für 50% weniger. Das ist natürlich auch ganz nett. Wunderbar. So, dann gucken wir mal, dass wir ein schönes Gameplay finden. Ich würde sagen, wir gehen mal ins Spiel und sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir im Spiel. Landungshafen. Ja, heißt. Tolle Map. Ich könnte schwören, dass es immer früher anders hieß. Aber ist ja auch egal. So, dann gucken wir mal. Wir sind load hier. Das ist nicht gut, aber auch nicht wirklich schlimm. Da muss man auch mal aufpassen, weil der Gegner dann meistens ein paar richtig nette Argumente hat. Die anderen reinwerfen kann. Wir gucken mal, was wir so hinbekommen. So, ich düse mal mit Vollgas hier vorne so an diese Kante dran. Ich finde, wir hoffen, dass wir dann vielleicht da hinten was sehen werden. Mobilität ist so, ist in Ordnung, sage ich mal. Also, da reißt man keine Bäume mit aus, aber es reicht. Rückgrattsgang bitte nicht verwenden. Da sollte man abkleben. Ja, ihr seht, der Zoom ist auch in Ordnung. Upsala, war ein Baum. Bäume umfahren kann man damit auch sehr gut. Da hinten ist was, was schießt. Okay, soll er machen. Da gehe ich mit. Drehe mich ein bisschen. Ah. Kein Bock mehr, war es? Ei, ei, ei. Da ist es. Ich habe es gerade nicht gesehen, hätte ich gesagt. Ich winke mich wieder ein bisschen an. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Wunderbar, das war der Fahrer. Das war meine Gneisskette, ist in Ordnung, kann ich mit leben. Oh, das hat ihn gut gefressen, auf jeden Fall. Wie auch immer, der jetzt gerade zurückgekommen ist. Ich könnte schwören, dass ich ihm gerade echt viel rausnehme. Aber es war eine Low-Wayne, wenn ich das so richtig sehe. Aber auf jeden Fall Glück gehabt, weil die Low-Wayne ist auf Entfernung. Pff, joa, die hat das bessere Argument, sage ich mal. Aber sie hat keine Panzerung. Gut, das kam mir gerade nicht zu gut. Ja. Minimal angewinkelt, kam der Panther ganz gut mit zurecht. So, A ist durch. Man hat auf jeden Fall gesehen, dass die... Da holen die gerade B. Da gibt es ein bisschen Artillerie. Das habe ich gerade total vernachlässigt. Gut, ich musste mich gerade um die Low-Wayne kümmern. Jetzt hoffentlich hier nichts mehr auftaucht, aber wir gucken mal. Manche Leute kommen dann ja lören mal in der gleichen Ecke wieder raus. Okay, ich muss ein bisschen aufpassen, hier haben wir es bei. Hier gibt es ein paar Treffer, das ist gut. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Wunderbar, das war ein Walker Bulldog. Und ihr seht halt, das ist der Rückkehrsgang. Und der ist wirklich der größte Nachteil beim Panther. Da gibt es keine, kein Wenn und Aber. Das muss, da muss man halt mit arbeiten, sag ich mal so. Und wenn es da mal zurückgeht. Aber das Gute ist, ich habe den Granatwerfer. Also mit G, den Smokewerfer, so. Der kann halt, ich fahre jetzt wirklich erst komplett rum, bis ich hier da bin. Wenn ich sonst ein bisschen Angst habe, dass ich hier vorne dann einen reinbekommen würde. So, jetzt ganz schnell weg hier an der Seite. Wir holen schon mal C wieder, das ist sehr gut. Und aktuell stehen wir ganz gut da. Gucken wir mal. C holen die sich jetzt wieder. Naja, wie gewonnen, so Zaron. So. Auch hier muss man wieder aufpassen, dass man... Hm, 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 hm. Na, nicht immer den direkten Weg nehmen. Wobei der Jagdpanzer 4-5 da vorne erstmal voll drauf fährt. Der geht all in, würde man sagen. Hast du ein M4-A1? Ha? Kann gefährlich werden, muss aber nicht. Das ist immer ein bisschen... Hast du ihn oder hast du ihn nicht? Sehr gut, gut gemacht. Ai, 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 habt ihr das gesehen? Großer. Ah, noch gestreift. Keine... Ich weiß nicht, was es war. Inke Sherman. Der Kollege hier wird ihm auf jeden Fall einheizen, weil er hier fest hat. Wenn es ein Jumbo ist, da muss ich nämlich auch ein bisschen mit schlucken hören. Abschlusshilfe, Cialo Wayne, sehr gut. Richtig, richtig gut. Wir fahren hier weiter. Da vorne ist ein Tiger... Ne, Panther G, okay, ist mein Kollege, sehr gut. Da halte ich mich mal dran, weil ich ihm theoretisch auch helfen kann. Ja, da sieht man jetzt mal hier den anderen Turm. Da ist halt deutlich voluminärer als meiner, aber... Ah, Mist, okay. Wo hast du einen mitbekommen, Kollege? Oh, Mist, voll daneben geschossen. Das war gar nicht gut. Eiei. Okay, was wird ich jetzt zerfetzt? Ich weiß nicht, was es ist. Dahinter ist was, ja. Sobald das Ding hier weg ist, drauf schießen. Okay, das war nicht gut. Das war nicht gut. Ja, komm mal raus, komm mal raus. Betroffen? Ah, nur die Gleiskette. Er steht sehr schön, er steht sehr schön für mich. Oh, shit. Und beschädigt, schade. Dadurch, dass er die Gleiskette weiterhin bewegt hat, habe ich jetzt hier einen Vorteil. Okay. Oh, 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 oh. Wo ist der Kollege? Nämlich hier raus, ne? Ei, 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 ei. Da ist einer, ja. Das ist jetzt das Problem beim Panther F. Da, danke, hu. Richtig gut, vielen Dank. Ich hau mal ganz schnell hier ab, denn da vorne ist ein bisschen zu heikel für mich. Ich bleib mal hier stehen. Jetzt komm, jetzt duis. Dann lass mich hier durch. Ich will hier weg. Ich muss mich reparieren. Dafür stelle ich mich so hin. Muss ja auch nicht jeder wissen, dass ich kaputt bin. Auch das ist ja tarnen und täuschen. Oder wie sagt man das immer so gut? So, das dauert lange. 38 Sekunden. Ah, Mist, habe ich nicht auf die Seite geachtet. Hm, 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 hm. Nicht optimal, aber egal. F.O. 42 ist natürlich ein ganz schön harte Nuss für mich. Weil der hat einen Stabilisator. So, ja, und da wären wir wieder beim Punkt, dass die, ja, da schießt er auf mich, ja. Dass die Briten nämlich auf meine Panzerung scheißen. Du bist jetzt bin ich gleich dauernd. Denn da schießt was. Ganz gewaltig auf mich. Ich hab grad ordentlichen Treffer kassiert. Ich weiß nicht genau, was mich da betroffen hat, ja. Ja, irgendwas Dicke ist das da. Ein Tortoise, oh. Ja, das ist hart, das ist richtig hart. Nämlich jetzt noch ein bisschen die Punkte mit, indem ich auf ihn schieße, wie bekloppt, weil, ganz ehrlich, da mache ich mir jetzt keine Hoffnung, dass ich das schaffe. Und raus. Ja gut, harte Nuss, richtig harte Nuss. Den kann man von vorne knacken mit einem Panther 2. Äh, mit einem Panther 1, das geht. So, jetzt gucke ich mal gerade, was hier denn die... Oh, 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 sorry Jungs, aber das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Ähm. Starte ich jetzt einmal noch mit dem Ding hier und versuche vielleicht noch mal was in der Luft zu knacken. Ansonsten sehe ich hier schwarz für mich, ehrlich gesagt. Weil, wer so überrannt wurde, da ist dann wirklich Feierabend. Mal schauen, ob ich irgendwo ein Flugzeug fliege. Da fliegt ein Flugzeug in der Tat. Wir haben es ja nur den... Hinter mir ist Wasser. Okay. Oh. P-108. Hey, hey, das ist ja geil. Sieht man auch nicht immer alle Tage. Aber das Spiel ist jetzt schon falsch vorbei. Deshalb stürze ich jetzt mal ganz schnell runter hier. Da werden wir, glaube ich, nichts mehr reißen können. Nur dann spare ich mir immer die Reparaturkosten, wenn ich sowas mache. Komm schon. Ja, es gibt nicht mal mehr Pünktchen. Chadeu, chadeu. Nicht schlimm, nicht schlimm. Aber trotzdem, ich denke mal ganz gut gezeigt, was dieser Panther kann. Auch wenn man jetzt nicht gewonnen hat, was ja nicht immer sein muss. Und auch wenn man jetzt nicht 20 Kills gemacht hat, was ja auch nicht immer sein muss. Man hat trotzdem gesehen, dass dieses Fahrzeug sehr sehr gut ist. Sei es in puncto Panzerung oder in puncto Austeilen oder was halt nicht so gut ist. Auf der Stelle bewegen, klar. Das geht halt auch ganz gut. Aber trotzdem, ja, wir wurden natürlich gut überrannt. Hier sieht man natürlich wiederum sehr schnelles Spiel. Ist halt so. Freut mich hier. Playstation-Besitzer hier. Weit vorne. So muss das sein. Dann geht das auch ganz gut. Ansonsten, nö, das ist ja auch so weit in Ordnung. Ja, ein Passau rausgenommen, eine Abschlusshilfe und sonst leider nur einmal gestorben. Aber trotzdem, ja, man hat die Fond geteiltes gesehen. Rangefinder, glaube ich, musste ich jetzt nicht nutzen. Das ist jetzt auch gar nicht schlimm, weil, ja, ich habe ja auf diese Entfernung, weiß man dann einfach mit der Kanone umzugehen, sage ich mal. Das ist dann einfach die Erfahrung. Ich sage mal bis 1200 Meter oder sowas, würde ich mir das auch zutrauen. Wenn ich mir manchmal nicht sicher bin oder denke, oh, der Schuss muss sitzen und ich habe Zeit, dann nutze ich gerne den Rangefinder. Wenn es schnell gehen muss, dann sage ich, okay, entweder schieße ich jetzt oder ich muss mich verpieseln. Und dann hat der Gegner meine Position E entdeckt. Ja, da muss man halt mal schauen, wie es dann so wird. Genau. Ja, Panther F. Generell alle Panthers sind gut. Freut euch auf den Panther. Sei es mit der D-Variante, wenn ihr damit anfangt, bis A, G und F, alles ziemlich gut. Panther D, ja, mit Abstand der schlechteste, muss man sehen. Turmdrehgeschwindigkeit von 4,2 Grad. Also das ist wirklich abnormal. Hier sind wir bei 12,8. Also das ist schon ein ganz, ganz großer Unterschied. Dann habt ihr hier Unterschiede bezüglich der Panzerung und der Motorisierung bei der A und G-Reihe etc. Ja, und der F, finde ich persönlich, ist so das Allrounding. Der gute Mittelweg ist aber auch von der Kampfeinstufung halt recht hoch gewählt, in Anführungszeichen. Wobei man hier natürlich den G auch noch höher nehmen kann. Ich glaube, der G hatte 600 PS. Der hat hier genau 700 PS, der schnellste, der Panther A. Auf jeden Fall sehr gut. Turmdrehgeschwindigkeit ist bei denen ein bisschen schlechter, wenn man das so sieht. Jetzt sind wir bei 9,6 Sekunden Nachladerate. Jetzt gucke ich mal gerade. Ladeschütze, Nachladegeschwindigkeit, Basis 8,1. Also wie gesagt, wir sind hier noch ein bisschen schneller vom Nachladen her. Die Turmdrehgeschwindigkeit ist besser. Die Turmpanzerung ist besser. Ja, muss man halt immer sehen, was man da haben möchte, genau. Ja, Panther F, sehr, sehr toll auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. Und ja, macht immer Spaß. Es ist auf 6,0, ich bin so ein bisschen alleine. Ja klar, der andere Panther kann noch mitziehen. Aber auf 6,3, 6,7 kann der auch noch mitfahren. Das Problem ist, wenn der auf 6,7 dann auf 7,7 hochgestuft wird und ich spiele zum Beispiel gegen Amerikaner, die haben teilweise mit den M60-Modellen und so weiter, haben die so, also generell diese M48 und so weiter, die haben teilweise von der Wannenkonstruktion sind, die so schlecht, dass sie mit konventionellen Waffen da sehr schlecht gegen kommt. Also konventionelle Waffen, wie im Zweiten Weltkrieg, wo der Osahid und so ein Quatsch dabei, da muss man schon manchmal gut zielen. Und die haben sehr, sehr starke Türme. Das ist dann immer nicht ganz so leicht, sagen wir es mal so. Aber es geht, das heißt nicht, dass es unmöglich ist, genau. Ja, macht immer viel Spaß. Ich kann es sehr nur empfehlen, dieses Ding mal zu spielen. Und ja, ist halt so ein kleiner Exot, sage ich mal. Ich meine, es gibt sogar irgendwo noch einen, der rumfährt. Irgendwo habe ich immer das bei YouTube gesehen. Aber da fand ich immer die Frage, wie inwiefern das Replika ist und so weiter und so fort. Wir gucken mal. Genau. Wunderbar. Ja, ich hoffe, dass das Ganze heute Spaß gemacht. Dementsprechend würde es mich natürlich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen würden. Wenn es wieder heißt, wow, Sander in diesem Sinne, ja, checkt mal den Trailer aus, ziemlich cool. New Power nennt sich das Ding. Selten so angefixt. Kauft Sachen im Store. Also kauft hier Fahrzeuge, die ihr euch gespart habt. Ganz, ganz wichtig. Das funktioniert meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Jetzt kann ich euch das nochmal zeigen, indem ich mir die, nicht die, sondern die holen möchte. Genau. Also einfach kaufen und fertig. Dann funktioniert das wieder außerordentlich gut. Gut, genau. Ich muss mich jetzt spurten, denn bei den Italienern, der eine oder andere wird es vielleicht schon gesehen haben, beim Heer stehe ich so kurz vor dem Centauro und der kostet mich dann halt nur 290.000. Sonst ist das ein bisschen teurer, das Ding. Das ist immer so ein bisschen, hm, da sage ich mir dann, versuchen wir mal das Ganze nochmal hinzubekommen. Das wäre natürlich sehr, sehr gut, aber das müssen wir mal einfach schauen. Nicht unmöglich, aber ich denke, wir kriegen es irgendwie hin. Also, ich wünsche euch viel Spaß dabei und ja, bleibt gesund, haltet Abstand, kennt die Regeln und dann geht es wieder weiter. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.